Ich baller einfach mal hier raus. Ok. Aber was hast du gemacht? Quali halbiert oder wie? Ey, nicht aufmachen. Ich hab schon mit dem Zympfer. Was ist los? So, ich hol noch eine Munition. Und komm wieder raus. Ok. Wo, 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 Hunter, 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 Hunter. Danke, ist weg. Ich weiß. Ich nicht. Türen sind mir egal. Ich ringe nur mit Türen. Was? Richtig. Stimmt, T ist irgendwie was. Oh, was, was. Oh, was, was. Äh. Ich schlag die in dem Schwert immer direkt tot. Ach ficken. Falschen Knopf. Hey, was geht? Seid mal langsamer. Where's the witch? Bitch. Man, die alten Stelle kann man ja nur noch. Ich geh mal hoch. Hm, hier ist kein... Also hier oben ist keine Bitch. Bitch. Ich geh mal fick dir hin. Ey, warte mal hier eben nicht. Das ist ja genau derselbe Schuppen. Sieht zumindest genau so aus. Was machst du auf der Kuh? Ich dachte, er würde penetrieren. Deshalb tun sie so aus. Hat der geboot? Nein. Nein. Okay. Okay. Hast du ja. Brauchst du auch so flichig anschießen. Das ist ja genau derselbe Weg wie eben. Wie langweilig ist das denn? Hm. Hm. Ja, dass das Level da ein anderes zu sein hat, wenn es weiter geht. Ah, sozusagen. Okay. Ach, Diabo, also wenn dann eins oder zwei, ja, oder drei gefällt mir so gar nicht. Ich hab noch mal geguckt und drei ist einfach, boah, das ist viel zu bunt. Da hast du nicht mehr Zeit, die Items aufzusuchen. Ich finde, die haben im Spiel viel zu viel zu geliefert. So, ich würd mich gern mal selber heilen, aber ich bin grad in der Säure. Ja. Der Set muss mir im Moment helfen. Dann heil ich mich erst mal selbst. Okay. Danke. Was ist denn für ein Eis? Achso, I-10. Wir müssen das Tor aufkriegen. Mit Sahne? Gab's doch mal Bürger Lars Dietrich. Irgendwie Vanilleeis mit Shark Sahne. Interessiert mich nicht die Drohne. Clowns Korn. Weil wir eine Stagefighter sind und schwerer sein muss. Nicht. Ich kann mir grad nicht helfen. Ja, nein. Ja, geht nicht. Auch wenn der Zeit ist, wie er zu fahrt ist. Boah. Das ist echt was los. Fägt sich keiner. Wieso? Ich hab dir voll geholfen, Mann. Ja, ey, ich war von 20 Zims im Lader. Ich hab's ja von mir. Ich konnte mir sofort mit reagieren. Ich konnte mich nicht mehr umgehen. So. Schon wieder einer. Ja. Ja, der ist auch runtergelaufen. Ich krieg's selber gerade auf die Krise. Achso, wir können durch. Wir können durch. Ich hab's ja jetzt klar mit mir mal ein. Ich schweiß in die Hand. Ich hab's ja jetzt mal ein. 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 Ich hab's ja nicht da! Ich hab's ja jetzt mal ein. Ich hab's ja jetzt mal ein. Und ich hab's ja jetzt mal ein. Alter! Ja, ich hab die Bitch gekühlt, ey. Hier liegt's auch draußen, wenn du siehst grad. Hier steht's auch gerade auch. Ey, mich hat erst mal die Bitch umgehauen. Puh!